Falsche Taste Also ich würde ja ganz gerne eine Gruppe, da würde ich ganz gerne Nee, warte mal, ähm, ich würde ja ganz gerne das hier wechseln, Materia Zuteilung, es ist jetzt gerade nicht, was ich wollte, kann ich das nicht irgendwie wechseln, kann man doch keiner sagen, dass ich das nicht, also warte mal, hier bin ich auch falsch, Kampfeinstellung, so, Cloud, und ich würde ihm hier da erstmal in eine andere Gruppe packen, Kruada, Gruppenmitglieder wechseln, Red, und ich möchte ganz gerne tiefer haben, hä? So gefällt mir das besser, er ist der, ist der, ist der Hahn im, äh, also auch immer Korb. Soalan 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 Das war's für heute. Ja, aber das macht jetzt keinen Sinn. Also jetzt gerade sehe ich absolut keinen Grund zu speichern. Ah, hier, eine Schoko-Pro-Heichestelle. Die müssen wir doch gleich erstmal reparieren. Irgendwie kann man die doch reparieren. Irgendwie kann man die doch... Ja, mach mal. Er hat ein Kissen in der Hosentasche. Das ist jetzt aber ein bisschen peinlich, ne? Aber irgendwie konnte man hier auch die Schoko-Pro-Heichestelle wiederherstellen. Wie geht denn das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also irgendwie kann man die wiederherstellen. Und ich kann mich hier einfach nur auf die Bank setzen, ist jetzt nicht das, was ich wollte. Warum können wir die nicht wiederherstellen? Ich kriege hier auch echt kein Symbol dafür. Hintpflanzen, okay, aber naja. Keine Ahnung, warum wir das hier nicht können. Nein, wir werden schauen. Irgendwann wird es dafür geben. Oh, ihr seht doch noch Stress aus. Na dann, Freunde. Jetzt! Los! Und tschüss! Das war's! Dann übernäht. Bin ich jetzt drin? Oh, kack! Komm mal, du blödes Mistbeam! Komm mal, du blödes Mistbeam! Komm, bei ihr hat das nicht drin, oder? Was ist das, wie? Ist das okay? Muss ich ja auch mal. Stammisch! Nichts kann herangehen, ja? Nichts kann herangehen, ja? Was ist schade, Komi. Das kommt der Stippenhaus. Halte das, wenn ihr Schuppe-Burg macht. Das ist nicht deinig! Genau hier! Jetzt! Fliege! Oh, Alter, ist das hier schön, ey. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das Spiel ist echt schön, ne? Alleine so die Effekte gerade eben im Kampf waren echt schön. Die sehen aber nicht so nett aus. Oh, die sehen aber nicht so nett aus. Das haben sie auch nicht so nett aus. Das haben sie ja mal bei Ubisoft geklaut. Glaube ich zumindest, dass... Ach, Freunde. Hallo? Das ist die Aufrufe! Und... Vorwünfe! Töne es ist die Aufrufe! Ja! Feuer! Das war's! So, ich übernehme du. Da ist so ganz besonders an der Schnelligkeit. Ich leg los! Na? Zack! Und! Ha! Zack! Nachschlag! Jetzt nachlassen! Nimm das! Und! Entschuldigung! Entschuldigung! So, und dann müssen wir nämlich einmal hier rauf. Ich bin auch weiter hoch, scheinbar. Bist du. Hä, wieso kann ich den jetzt nicht... Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Und da wieder runter? Was soll denn der Scheiß? Also irgendwas mache ich gerade falsch. Also entweder ist das alles noch nicht freigeschalten, weil normalerweise musst du, um die Gegend zu erkunden, die Türme freischalten. Aber das ging ja gar nicht. Irgendwie müssen wir, glaube ich, echt erst zu dem Bauernhof hin, der unser Ziel ist. Anders, glaube ich, ist das nicht zu erklären. Dann sollten wir das erst mal tun. Weil diese ganzen Sachen funktionieren halt einfach gerade nicht. Ah, ihr Scheiß-Ortfiecher hier. Ah, ihr Scheiß-Ortfiecher hier. Äh, ihr Scheiß-Ortfiecher hier. Abschlaß. Ich zähle auf dich. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt da jetzt nicht rumfummeln, das halte ich irgendwie für sinnlos, da jetzt dran rumzufummeln, nachher macht das nur Schwierigkeiten und ich glaube nicht, dass ich das will, ich will heute Abend ohne Schwierigkeiten zocken und dann kann ich mir das morgen mit der Kamera nochmal angucken, warum das so ist. So wichtig ist es jetzt nicht. Den ersten Teil hattest du auch noch gespielt, Juno, oder? Weil den gab es ja für die Playstation 4 noch. Ne, das ist die falsche Richtung. Oder hatte ich das falsche Erinnerung? Ach, ich weiß, warum das so ist. Ha, 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 ha. Weil das alles grün ist und der, äh, der, der Greenscreen ist ja auch grün. Das heißt, alles was grün ist, wird gerade ausgeblurrt und deshalb sehe ich durchsichtig aus. Deshalb sehe ich aus wie ein Gespenst und ich wundere mich gerade. Ich hatte die Kamera halt eingestellt, aber klar, das ergibt Sinn. Auf der Place 4 von deinem Sohnemann oder habe ich das falsch erinnerungen? Ja, wir kommen langsam in die Richtung. Ach komm. Ach erchen Sie. Ach komm. Alles im Griff. Keine Kost! ich würde mir ganz gerne noch mal eben die fähigkeiten von rs ausrüstung materie ich würde gerne materie wechseln